Mo, was ist los? Ich bin sauer. Sauer? Ja, stinksauer sogar. Moment mal, auf was denn bitte? Auf was wohl? Auf die Ballon-Tor-Wahl natürlich. Oh Gott, jetzt haben wir den Salat. Ganz recht. Ich lasse mich doch nicht mit Platz 7 abspeisen. Also was hättest du erwartet? Willst du das Ding jetzt gewinnen oder was? Nee, das nicht. Da waren andere besser. Aber Platz 7? Come on! Naja, also Messi, Lewandowski, Jorginho, Benzema und Kanté finde ich ganz gerecht auf den Plätzen 1 bis 5. Ja, ich bin aber auf der 7. Und auf Platz 6 ist, äh, Sekunde... Christian Ronaldo, klar, vielleicht etwas schmeichelhaft, aber schmeichelhaft? Das war eher eine Beleidigung für mich, Digga. Aha, du sagst also auch, ich gehöre weiter nach vor. Was? Nein, das habe ich nie gesagt. Außerdem sind hinter dir auch noch große Spieler, zum Beispiel Mbappé oder De Bruyne. Ja? Na und? Naja, ich meine ja nur, die hätten sich's sicher auch verdient. Quatsch mit Soße! Die sind sauschlecht! Aber sauschlecht sind die! Na komm, ist mir jetzt zu blöd. Weißt du was, Mo? Versuch's doch einfach nächstes Jahr nochmal, okay?